Deutschland geht es gut. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung. Junge Menschen finden in Deutschland in den Arbeitsmarkt so gut wie in keinem anderen europäischen Land. Deswegen bleibt unser Ziel Vollbeschäftigung. Und wir wollen neue Möglichkeiten schaffen, neue Möglichkeiten in der Digitalisierung, damit jeder junge Mensch sich verwirklichen kann. Wir setzen auf eine duale Ausbildung, auf gute Schulen, gute Ausstattung. Damit jeder junge Mensch, unabhängig wo er kommt, wo er geboren wurde und aus welchem Elternhaus er kommt, seine Träume in Deutschland zur Wirklichkeit machen kann. Dafür setzen wir uns ein mit einer starken Politik für junge Menschen und für gute Arbeitsplätze.